Man sagt, Obama sei der mächtigste Mann auf der Welt zur Zeit. Aber ich kann euch sagen, der Papst wäre noch viel mächtiger. Wisst ihr warum? Obama hat ja nur seine Amerikaner, oder hätte ja nur seine Amerikaner, die auf ihn hören. Er ist nur von denen Präsident. Der Papst ist von überall, in allen Ländern, hat er Gläubige, oder hätte er Gläubige. Das macht viel mehr Menschen aus, viel größere Macht. Satan weiss das. Und deshalb fürchtet er das und verblendet die Kirche. Es ist in der Kirche, habt ihr in der Amtskirche, im grössten Teil, nicht überall, im grössten Teil, hat überhaupt keine Kraft mehr heraus. Der größte Teil der Menschheit ist schon vom Rauch Satans vernebelt, eingeschlafen. Ein großer Teil der Menschheit ist von den Medien, schon durch die Medien, haben die schon eine Gehirnwäsche erhalten. Sie sehen nichts mehr. Wehe dir, Kirche, ihr seid stumme Hunde, sagt Gott, der Herr. Dein stummer Hund ist nützlos. Es wäre an der Zeit, das Stall herumzureißen. St ondaarium-Facto-Amts Stilah St St ối